Du sagst, du lebst dein Leben, so wie es dir gefällt. Ein guter Mensch zu sein, ist das, was zählt. Voller Stolz und voller Hochmut, du hast alles fest im Griff. Du lächelst überliegen, wenn man von Jesus spricht. Doch bedenke auch für dich, mal der letzten Tag anbricht, wo Gottes Gnadenzeit zu Ende ist. Wo der letzte Vorhang fällt, nicht mehr zielt Besitz und Geld. Du vor Gottes Thron, dann stehst mit deiner Schuld. Du sagst, für diesen Jesus hättest du noch später Zeit. Du bist jung und frei, das Ende ist noch weit. Willst was vom Leben haben, sagst dein Leben, dir gehört. Was brauch ich, einen Gott, der mich dabei nur stöhnt. Doch bedenke auch für dich, einmal der letzten Tag anbricht, entscheide selbst, wo du die Ewigkeit verbringst. Noch ist es nicht zu spät, für einen neuen Weg, mit dem dir das wahre Leben gibt, das Leben gibt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!